Weil dann wird das Gebiet ja auf jeden Fall erweitert. Weil du musst ja da irgendwie hindern. Ach, da hinten ist dieser Dackel. Ja, aber ich will jetzt keine 6 Euro oder so einen Scheiß ausgeben. Na, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt, das ist dann halt so. Ich meine, das heißt ja auch Deko. Ich meine, das ist so. Man kann, glaube ich, nicht mal wirklich zu den Tipi-Zelten vor allem. Das kommt ja auch schon dazu. Ich guck mal. Ob sie das erweitert haben. Selbst hier, schau. Du kannst gerade noch so hier stehen. So war es auch schon, ja, ja. Das haben sie auch nicht erweitert. Wenn du hier stehst, wirst du wieder zurückgesetzt. Voll der Schmarrn. Voll der Schmarrn einfach. Naja, okay. Ich möchte jetzt auch nicht... Das ist blöd Sinn. Da dieses komische Monument ist immer noch seltsam. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. Stell dir vor, man kauft es dann. Und dann kann man immer noch nicht dahin. Das ist Bullshit. Das lassen wir einfach, gell. Das passt schon. Wir haben aber alles ausgebaut. Außer eine Sache. Der lustige Stuhl für 66.000. Hier können wir irgendwie noch Golf spielen oder so ein Schmarrn, gell. Ja, 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 genau. Das machen wir jetzt auch nochmal. Boing. Aber auch nur eine Strecke, gell, hier. Oder so. Hört mal. Und zack. Ja. Das ist nicht mehr ausgebaut. Man kann hier nicht mal mehrere Strecken machen. Das ist auch irgendwie schade. Warum eigentlich nicht? Hä? Warum eigentlich nicht? Weil, guck mal, hier ist ja so ein Looping-Ding auch. Hä? Vielleicht wird es ja auch noch bald hinzugepatcht oder so. Die sind immer noch dran. Das ist ja noch nicht fertig tatsächlich. Die wollen ja immer noch ein bisschen mehr machen. Ich folge die ja auf Twitter. Den Wegler. Ich glaube, da kommt einfach nochmal ein bisschen was künftig. So. Ne, es ist immer dieselbe Strecke, ja. Oh, ja, geil. Naja. Was so heißt, ne? Aber. Das ist die Tanke. Ich würde langsam aber sicher. Würde ich das ganze Ding beenden, ne? Weil wir haben ja hier schon alles jetzt erreicht. Wir haben alles gemacht. Wir machen hier das Party-Ding wieder zu. Ja. Das ist so. Wir haben hier die große Party auch jetzt gemacht. Oder wollt ihr die nochmal sehen? Da muss ich ja nochmal einkaufen. Ne, es passt schon eigentlich, oder? Wir holen uns jetzt nur noch den Stuhl. Den großen. Ach, es ist wieder schmutzig hier. Ja, alles klar. Partybus war ja auch schon da jetzt. Hm. Hm. Ach komm, einmal Party noch. Einmal Party noch. Komm. Irgendwie. Es ist, äh, so komisch für mich, ohne Party aufzuhören. Einmal geht noch. Wir machen jetzt alles nochmal hier. Klar, Schiff. Und dann passt das. Bestellen nochmal einmal alles. Und dann aber rum hier. Weiß gar nicht, was braucht der da jetzt? Was braucht der Korb? Warte, ich muss auf die Körbe schauen. Was brauchen die Körbe? So ein halbes Stündchen noch. Dann haben wir auch genau drei Stunden Stream, oder? Das passt doch. Komm. Ja, komm. Also wir brauchen. Die kann ich reintun. Zigaretten. Schwarze Blendies. Zuckiris. Zuckiris. Diese Hüte und Fuchon. Okay. Okay. Zuckiri. Hier. Doch, bitte. Ähm. Fuchon. Hab's da mal. Diese Hüte. Eins, zwei, drei, vier. Ach komm. Zehn davon. Zehn davon. So. Ein paar Dog-Plüschis nochmal. Und das ist es eigentlich. Ich werde am Ende sowieso nochmal alles voll machen, damit alles voll ist. Damit alles toll aussieht. So. Sind unterwegs. Dann. I-o. Alle Angestellten bezahlen. Kasse. Prämie. Sprich, Bezahlung, Prämie. Hä? Aufg- Aufgabe. Weiß. Hä? Sprich, Bezahlung, Prämie. Reparieren. Tanken. Bezahlung, Prämie. Und du machst... Ne, du machst nicht tanken, Alter. Du machst sauber. Gut. So viele Mitarbeiter, so krass. Ja, sechs Stück, echt so. Das ist wirklich krass. Kasse, Eisstand reparieren, reinigen. Oh Mann, tanke. Jetzt haben wir es. Dann füttern wir nochmal unser lustiges Krokodil. Vieh. Und ja, das wird jetzt einfach... Das wird jetzt hier das letzte Mal so. Das wird jetzt wirklich die letzte Zeit. Wow. Jetzt machen wir Schluss. Das ist jetzt die letzte Phase. Ja? Zack. Aber das mit dem Dinopark ist immer noch... Das ist Müll. Ne, Gustav? Ja, ganz genau. So Müll ist das. Mann, ey. Echt. Ja? Wirklich so. Darf wir da nicht mal hin, ey. Voll der Scheiß. So. Die pinken Toiletten, oder? Gut. Ah, die Tanke ist so geil, oder? So, hier platzieren wir nochmal... Fünf davon. Fünf. Das ist schon wieder voll. Krass. So. Und hier. So. Eis ist noch heiß. Gustav. Bye, bye. Echt so. Der Gustav. Gell, der Gude. Okay. Da ist unsere Lieferung. Miep. Ich würde gerne auch kurz noch mal am Eisstand arbeiten wollen. Ist auch voll lustig eigentlich. Sollten wir vielleicht auch nochmal Eis bestellen. Ich habe doch bestimmt... Oh, doch. Ist noch ein Stock. Komm, bisschen Eis. Jeweils... Jeweils, dass wir so jeweils zwei haben. Also. Hey. So. Cool. Herrlich, 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 herrlich. So. Ach ja. Exakt. Ach komm. Einmal geht noch. Mhm. Mhm. Und? Scheiße. Ich habe die Zigaretten nicht bestellt. Aber da können wir auch nochmal Eis kaufen. Oder was? Und vor allem Autosachen, ne? Und auch Zeitung tatsächlich. Oh je. Auf geht's. Oh je, deswegen, weil das Lager schon wieder voll ist. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt einfach Lagerprobleme, ey. So krass. Für das, was es jetzt eigentlich alles gibt, hätten sie das Lager auch echt nochmal erweitern können. Auf 2000 Lagerplätze, nicht 1500. Bei den ganzen Sachen, die es jetzt gibt. Es fehlt noch, finde ich. Das ist schon ein bisschen krass jetzt. So. Hier kann ich vielleicht auch füllen. Ja, perfekt. Okay, cool. Moinsen. Da ist unser Eis. So. Dann, ich weiß nicht, wie sieht es aus mit, äh, hier. Kraftstoff und so. Oh ja. Unbedingt. Okay. Gut. In 20 Minuten schloss. Das passt. 50, 60. Das passt hervorragend. Dann ist, dann haben wir genau drei Stunden Stream. Das ist perfekt. So machen wir es. Das ist ja voll perfekt. Und dann müssen wir nur noch hier das Geld abgeben beim Onkel, ne? Das Spiel macht viel Spaß einfach. Ich liebe es. Gerade jetzt hier mit diesen, ähm, Zusatzinhalten wirklich geil. So die Party-Location und so. Super, super coole, äh, weitere Inhalte. Riesenrad auch witzig. Macht schon echt viel Spaß. Aber ich bevorzuge dennoch irgendwie trotzdem ein bisschen die Konsolen-Fassung, weil ich die Controller-Steuerung tatsächlich lieber habe, als tatsächlich hier die Maus-Steuerung an vielen Interaktionen. Muss ich schon, weiß nicht. Ist so. Muss ich sagen. Drum, äh, wäre cool, wenn ich Switch oder, oder allgemein die Konsolen-Fassung, das Content-Zeug hier auch noch bekommen. Mindestens die Party-Location auf jeden Fall. Oder auch, wie, mindestens ja überhaupt schon mal die Waschanlage. Die gibt es nämlich auch noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt. Aber, auf jeden Fall, die Party-Location, das wäre wirklich geil. So, auf geht's. Bip. Cool. Ja, ja, so ist das hier. Das Riesenrad. Das ist so verrückt. Hattest du das Bild eigentlich gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab's mir auch noch nicht genau angeschaut. Ich muss noch mal drüber schauen, Lucky. Es sah aber schon mal so nicht schlecht aus. Fürs kurze drüber gucken. Ich hatte gestern nicht mehr... Ich hab's noch nicht angeschaut. Einfach so richtig. Aber es sah so schon mal ganz gut aus, erst mal. Ich muss es mir noch mal ganz genau gucken. Das sah nachher mal einen guten Schnitt und so aus. Kannst du keinen Controller an deinem PC anschließen? Doch, aber das Spiel ist nicht vollständig Controller-kompatibel. Das ist das Problem. Bei vielen Aktionen musst du doch wieder die Maus nutzen und das ist dann halt dumm. Du musst ja ständig wechseln. Das hab ich schon mal ausprobiert hier. Rale Station mit Controller. Das sagen die auch. Das ist... Auf Steam steht auch teilweise Controller-kompatibel. Deswegen... Ja, das bringt's halt nicht. Aber nichtsdestotrotz würde jemand jetzt einen Controller-Handicap oder sowas machen. Würde ich für die Zeit den Controller nehmen. Das auf jeden Fall auch. Das ist so lustig. Das ist doch cool geworden, echt. Mir gefällt unsere Tanke. Muss er das wieder einmal rumrufen. Aber es ist halt wieder Elend! 10, 10, 10, 10. Nicht schlecht. Wenn du die Option Forced Controller im Steam aktivierst, das weiß ich nicht. Ob das dann geht. Ich weiß nicht genau. Aber ich denke, das wird trotzdem wahrscheinlich bei manchen Dingen einfach nicht gehen. Weil... Ich weiß nicht. Aber es ist ja nicht schlimm. Ja. So. Okay. Okay. Cool. Gut. Da müssen wir aber wieder ein bisschen rumtrickseln, ne? Sonst wird das nix. Und das machen wir jetzt. Wir holen uns ein Regal. Das teuerste ist das Brillenregal. So, und dann gehen wir auf Regale. Und dann verkaufen wir das. Nein, wir verkaufen, das habe ich gesagt. Verkaufen. Und dann machen wir hier so. So, und dann zieht ihr mal weiter. Viel Spaß euch noch und einen schönen Restsonntag. Aber Sepp, Sepp, das geht doch nicht. Sepp, Sepp, du kannst doch jetzt nicht verschwinden kurz vorm Finale. Oh nein. Naja, ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Sonntag, Sepp. Schön, dass du da warst. Bis bald. 95.000, das reicht, oder? Passt, geil. Komm, wir kaufen uns diesen komischen Stuhl jetzt. So, das ist aber immer noch nichts im Vergleich zu Switch. Da habe ich 360.000 Dollar hochgegrindet halt. Weil da gibt es diesen Money-Glitch nicht. Voll verrückt. Aber ich spiele es ja auch schon 120 Stunden auf das Switch. Da kam das halt mal zustande. Ähm, ja. Da ist dieser komische Stuhl. Der größte Schorkelstuhl der Welt. In deinem Garten. Es ist sehr teuer, ihn herbringen zu lassen. Aber eine unvergleichliche Attraktion. Ja, bitteschön. Roter Schorkelstuhl. Ja, Glückwunsch. Haben wir jetzt alles? Zwei irgendeine... Hä? Was fehlt? Da sind überall Häkchen. Da fehlt gar nichts. Da gibt es nichts mehr. Hä? XXXL-Möbelhäuser. Ja, echt so. Da ist alles gekauft. Hä? Da ist alles gekauft. Da auch. Hä? Da fehlt nichts mehr. Da sind überall Häkchen. Das stimmt einfach nicht. Das ist irgendwie falsch. Einfach. Das ist alles. Da seht ihr ja unten, dass überall auch ein Häkchen ist. Keine Ahnung. Das stimmt irgendwie nicht. Das ist nicht richtig. Ja, ist auch alles. Ist auch alles. Alles, was blau ist, ist durch so. Mehr gibt es nicht. Aber das triggert. Jetzt steht da 52 von 53, obwohl es nichts mehr gibt. Das ist natürlich auch frech. Auch hier nicht. Auch da ist alles. Und da auch. Ja. Dann, äh, es gibt nichts mehr. Keine Ahnung, warum das so ist. Hä? Vielleicht kommt doch was, wenn wir die 5000 Dollar abgegeben haben beim Onkel. Das kann sein. Da können wir nochmal schauen, was diese Karten sind. Weiß ich auch gar nicht. Dennis und Dragons. Dennis und Dragons. Auch geil. Keine Ahnung, was das ist. Ich kauf mir mal alle Karten. Ja. 42.000. Nicht dein Ernst. Muss ich so machen. Schauen wir mal, ob was das überhaupt macht. Oder was das bringt. Oder ob das überhaupt irgendwas bringt oder macht. Kommt da jetzt eine Bestellung an? Oder habe ich das jetzt? Oder? Hä? Hä? Keine Ahnung. Karten. Da. Karten. Ja. Ja. Das ist halt einfach zum Sammeln, oder? Damit kannst du nichts machen. Nee, damit kann man wirklich nichts machen. Aber vielleicht kommt da ja auch noch was rein. Oh, das ist im Flugzeug, die ist hier so. Vielleicht kann man echt später dann auch noch Karten-Mini-Spiel machen. Mit Dennis oder so. Keine Ahnung. Wer weiß. Weil man kann ja mittlerweile auch in seine Hütte. Vielleicht kommt da da auch noch was dazu. Das könnte sein. Ja. Wer weiß. Das ist jetzt der Trading-Card-Game. Das ist jetzt der Trading-Card-Game. Richtig, Grudon. Das ist so. Servus. So, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Eis. Einmal Eis. Leute, wollt ihr auch ein bisschen was? Was darf sein? Was darf ich euch bringen? Einen kleinen Apfel. Einen kleinen Apfel. Schlürf. So, Grudon. Ja, kommst genau zum Ende. Wir hören demnächst auf. In so circa fünf Minuten scheinbar. Klingling. Nice. So. Was wollt ihr für Eis? Klein. Klein. Blaubeer. Wo ist Blaubeer? Das ist Blaubeer. Schlürf. So. Erdbeeren. Hab ich? Achso. Himbeer. Aber ich glaube, Himbeer habe ich gar nicht. Doch, da hinten. Himbeer. Kriegst du. Kriegst du, Blaubeer. Kriegst du ein bisschen Himbeereis. So. Mach ich dir gleich fertig. Ich muss jetzt erst hier nochmal eine Zuckerwatte machen. So. Ja. Also, Blaubeerchen kriegt Himbeereis. Das machen wir jetzt auch einfach so. Das ist mir jetzt scheißegal, was die will. Die kriegt jetzt Himbeer. So, das ist jetzt für dich, Blaubeerchen. Hier Himbeereis. So. So. Bitteschön. Ich glaube, Himbeere. Lol. So, alle wieder durch. Aber das ist perfekt, so. Weil die sind jetzt genau auf Hälfte. Ein bisschen drüber. Das heißt, ich mache wieder Tanke. Eis. Reparieren. Kasse. Putzen. So. Weil das müsste dann zeitlich aufgehen eigentlich. So Party und alles. Keine Ahnung. Müsste, glaube ich, aufgehen. Das ist so lustig. Das Riesenrad, Alter. Dino Park. Und der Stuhl ist jetzt wahrscheinlich da hinten. Da kann man ja auch nicht hin. So. Kann man auch nicht hin. Man müsste halt wissen, wo das Flugzeug DSC ist. Geil, kein Flugplatz. Vielleicht tatsächlich. Ne, man kann da auch nicht hinschauen. Ja. Natürlich nicht. Aber das könnte sein, dass sich das Grundstück da hinten erweitert. Na ja. Hat der Stuhl auch Gang? Oh mein Gott. Der hat eine Gangschaltung. Äh. Äh. Was fliegt da rum? Hä? Äh. Äh. Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Officer, was ist das hier? Was bin ich sehend, Officer? Ja, ja. Was ist... Was ist denn das hier? Oh, voll über den drüber. Na jetzt. Gell. Das geht voll so nicht hier. Das war so ein Autoteil von ihm. Was ist das? Zehn Minuten. Das stimmt wirklich nicht. Der Counter ist irgendwie nicht echt. Da müssten doch eigentlich höchstens fünf jetzt stehen. Irgendwas stimmt doch mit dem Counter hier nicht. Ist mir gestern schon aufgefallen. Irgendwie scheint es nur so semi-echt zu sein. Ich glaube, wenn man zu weit weg ist, dann pausiert ihr so ein bisschen oder sowas. Irgendwas passt da nicht. Komisch. Ich dachte, das ist ein Schraubplatz. Ich habe gar nicht gesehen, dass da einer drin sitzt. Hey, das sind hier meine Parkplätze. Blumberchen, das geht so nicht. Hey. Eine Sache fehlt noch. Doch. Stimmt. Ich weiß, was fehlt. Ich glaube, deswegen steht da 52 von 53. Da fehlt eine Sache, die hier stehen sollte. Ah, ja. Counter sagt nein. Echt so. Hey. Hey. Macht nix. Macht nix. Wir haben es ja demnächst. Wir haben es demnächst. Wir dürfen sogar die 5000 jetzt glaube ich einfach so legend sogar noch zusammenbekommen, oder? Denke schon. Wie sieht es aus mit Eis, Eis, Baby. Gut, schaut es aus. Old Berries. Ist meine persönliche Lieblingssorte auch. So. Und ja. Hüte. Ach du, meine Güte haben wir Hüte. Wir haben eine Menge Hüte. Scheiße, Mann. Oh, leil. Was ist denn hier los? Hä? Mal auffüllen hier. Was ist das? Hier ist ja auch leer. Hä? Krass. Wann ist denn das passiert? Brillen? Oh, holy shit. Quacamoli shit. Die Plüschis. Hm. Genau. Schweinis. Däh. Ah. Alter, Grudon. Was ist denn das? Was war das denn? Alter, Lucky und Grudon. Oh, dann mich hat es ein bisschen gerissen. Alter. Danke für die 5 Euro, Grudon. Echt vielen Dank. Was war das denn? Andere spielen Playstation Gekko spielt. Gas Station. Richtig. Die neue Konsole einfach. Gas Station. Die funktioniert. Die muss man mit tanken. Die funktioniert mit Diesel. Ist auch immer sehr laut. Hat mich schon ein bisschen gerissen, ja? Grudon, danke schön. Echt vielen Dank für die 5 Euro. Aber echt. Da war ja der geile Lucky Sound. Alter. So, jetzt aber. 10 Minuten noch, oder? Ja, ja, ja. Gute 10 Minuten noch. Gereinigt wird. Eigentlich. Ich frag mich nur, wo. Hallo, Alter. Jetzt geh halt hoch. Aha. Es ist so witzig mit dem Riesenrad. Weiß nicht, habt ihr ein Gefühl, dass da der Flugplatz ist oder hier? Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es dort ist. Ich hatte früher das Gefühl, dass es hier ist. Weil da so die Flugzeuge herkommen. Aber ich glaube... Hm. Das ist auf der anderen Seite. Einfach kaufen. Was kaufen? Flugplatz Tiersi. Nein! Dann sind wir ja wieder mit Content beschäftigt. Ich will das nicht. Wobei, ich kann ja auch einfach alles hochglitschen mit Money. Klar, wir können es holen und dann so alles vollballern. Bäm. Mehr Content. Echt so. Ich glaube auch, dass es auf der anderen Seite ist. Das ist hier, ne? Straßenseite, gell? Ich glaube auch irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre hier. Das sind auch so komische Holzhütten. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Das sieht so aus, als wäre da vorne Flug... Flugbahn oder so. Weiß nicht. Irgendwie... Ich glaube, es ist da vorne. Vielleicht ist der Flugplatz die Freunde, die wir auf den Weg gemacht haben. Was? Ich spiele heute den Schwätzensimulator. Auch gut. Was? Wertholz vor der Hütten? Ich weiß nicht. Ich. Wie alle. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht. Wir haben Freunde? Was? Hey. Ach ja. 4.000 Dollar. Wir bekommen die wirklich so zusammen einfach, Legend. In 6 Minuten. Ja, da haben wir 5.000. Das können wir dann auch dem Onkel überreichen. Und dann passt das ja perfekt. Und dann haben wir das perfekt durchgespielt. Na also, geht doch. Leute, da ist Schluss gleich. Schüsseldorf ist dann. Was machen wir zuerst? Party und dann geben wir das Geld ab? Oder geben wir das Geld ab und machen dann Party? Wie sollen wir das machen? Ja, heute verhübten. Heute ist der Brädel vorm Kopf. Alter, gut. Das ist so. Der Meme passt halt im Englischen besser. Maybe the treasure is the friends we made along the way. Ich verstehe ja grundsätzlich nicht mal den Meme. Hm. Weiß auch nicht. Bin jetzt raus. Party und Geld ausgeben. Oder wie war das? Ja, nee. Wegen der End-Cut-See. Wegen dem Ende jetzt. 5.000 Dollar erst dem Onkel geben. Und dann mit der Party. Ende oder Party und dann dem Onkel 5.000 geben. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Vielleicht dem Onkel das Gold erst geben, oder? Weil dann sind wir komplett frei. Und wegen der Freiheit dann Party machen. Erst Onkel, dann Party. Ja genau, dachte ich auch, oder? Wir enden immer mit der Party. Also, machen wir erst Onkel. Onkel Schmonkel. 5 Dollar noch. Das Spiel verarscht mich wieder. 5 Dollar. Jetzt haben wir es. Gut, perfekt. Also, Leute, dann... Grande Finale. Oder? Würde ich sagen. So sieht es aus. Ähm. Ähm.